Hallo ihr Lieben da draußen. Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von The Talos Principles, zweiter Teil, wie man sehen kann. Ja, neun Jahre später, also letztes Jahr rausgekommen, neun Jahre später der zweite Teil, also ich glaube der erste war eben von 14 glaube ich, ne? Ich meine 14 und letztes Jahr rausgekommen, na und neun Jahre später, ja der zweite Teil und ich habe die Demo, die kann man sich hier auf dem Kanal auch angucken. Ähm, ich habe die Demo damals sofort gespielt und danach vom Spiel auch mir ein bisschen angeguckt, bin aber da nicht zugekommen tatsächlich. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit mir genommen auch, weil ich das die ganze Zeit schon wollte und genau. Jetzt spielen wir das mal. Äh, ich mache immer so eine halbe Stunde Paket, ähm, und gucke, dass ich das so cutte, ne? Dass das funktioniert und wenn ich zu lange irgendwo rumhänge, nur dass ihr das sofort wisst, dann, ähm, ne? Alles klar. Ja, ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir können ja zwischendurch noch ein bisschen erzählen. Ich wünsche uns, äh, gemeinsam viel, viel Spaß dabei, ähm, also, ne, bei dem Let's Play und, ähm, ja, wir gucken mal, ne? Also, als der DLC rausgekommen ist, letzte Woche, glaube ich, letzte Woche, da habe ich so gedacht, boah, jetzt muss der, ne? Da war, ne? Hollein in Not. Also, neues Spiel. Ich hoffe, dass das so vom Sound her und so passt und, ähm, ja, ist von Crow Team, das Ganze, immer noch. Und ein kleines Entwicklerstudio gewesen, ich weiß nicht, wie groß das heutzutage ist, also, durch die Erfolge, also, Talos Principle, der erste Teil war ja auch schon genial, habe ich auch hier auf dem Kanal. Wie gesagt, die, äh, unter den Streams, also die Streams haben eine eigene Playlist und da kann man direkt, ich weiß nicht, der fünfte, sechste, siebte, achte, zehnte Stream, spätestens, habt ihr The Talos Principle, zweiter Teil, Demo-Version, die man letztes Jahr spielen konnte. Die könnt ihr euch, ähm, gerne auch reinpfeifen, da bin ich, äh, glaube ich, nicht so schlecht gewesen, wie ich wahrscheinlich hier sein werde. Also, ich werde hier wahrscheinlich gut einen ablosen zwischendurch, aber, naja, okay, dann wollen wir mal gucken, ob alles so dabei ist, was wir erkennen und, äh, welche, welche Neuerungen es gibt. Also, jetzt von der Demo her kennt man schon vieles. Naja, wir gucken mal. So. Setting ist natürlich ähnlich, ne? Behold, child. Elohim. You are risen from the dust and you walk in my garden. Hear now my voice and know that I am your friend and I am called Elohim. Yeah, you are my friend, Elohim. Äh, kennen wir ja aus dem ersten Teil noch, Elohim, äh, der hat uns ja da durch die ganze Show so geführt, ähm, und, ja, der quatscht natürlich jetzt auch wieder mit uns. Ob die nette junge Dame dabei ist, die, äh, so, da waren ja immer diese, diese Bubbles oder, oder Sparkles, sagen wir mal, in der Luft, äh, wo man dann irgendwie so eine Geschichte erzählt kriegte und ein bisschen was zur Geschichte von dem Spiel natürlich auch mitgekriegt hat. Äh, ob die tolle Stimme nochmal, äh, da ist, ähm, weiß ich natürlich nicht auch. Guck mal. Hallo. Okay. Was machen wir mit den, ach so, wir kommen hier, ja, also, für diejenigen, die es nicht kennen, also, hier kommt man nicht durch, ne, durch so blaue Dinger. Und das hier ist ein, äh, Störsender, also ein Jammer hieß der früher mal, ähm, und damit kann man den Kram stören. Und dann kann man hier durch. Ist eigentlich total idiotensicher. Ja, diese lilanen, also blaue Dinger, das hier, guck mal, nochmal, das hier ist blau, ne, da kann man nicht durch, durch die alle lila, so wie da vorne das Ding, da kann man halt durch und, ja, wir gucken mal, ganz, ganz easy. So, ähm, das sind Boxen, die kann man benutzen, also Boxen, ne, so, so, ne, also nicht Lautsprecherboxen, sondern Hexaida, nennen die sich, ne, die kann man also aufnehmen und irgendwo hinstellen. Die kann ich also auch hier oben drauf stellen, wenn ich will, ne, und man kann halt drauf hüppen, dann steht man hier so drauf, wie man im Schatten da sieht, wir sind so ein Robotyp. Wie war'n dat hier? Wie war'n die, die Perspektive wechseln? Warte mal. Ah, ich weiß jetzt gar nicht mehr. C, X, nein, Y, Z, U, I, K, L, M, ich weiß nicht mehr. Ah, Q, E, Z, G, H, 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 da, so sehen wir nämlich aus, guck mal, ich wollte eben zeigen, H, okay. Na, aber ich spiel' das in einer Ego-Perspektive, weil das ist irgendwie cooler. Also viele spielen das halt so, äh, Third-Person, aber, naja, ist nicht so meins. Wir sind auf jeden Fall so ein Robocop und, äh, oder ohne Cop und, genau, das können wir dann aufmachen, indem wir diese Bodenplatte hier bedienen. Eigentlich relativ einfach. Bin auch gespannt, ob diese ganzen Rätsel noch so sind, wie, wie sie waren, ne. Also ich hab' wie gesagt die Demo gespielt, das erklärt sich dann also auch von selber. Also ich könnte mir die Frage jetzt auch so beantworten, ne. Ja, da sind dieselben Rätsel bei, aber ich muss ja ein bisschen spannend für die Leute machen, die das noch nicht kennen. Und, ähm, ja. Oh. Okay, also, ne, hab da ja vielleicht unten gelesen. Ansonsten, wir müssen jetzt hier erstmal ein paar Rätsel lösen, damit er so sehen kann, was wir drauf haben und blablibla. Also, ich will das jetzt auch nicht zu lange machen. Wie gesagt, ich werde auch zwischendurch, wenn ich an einem Rätsel eine halbe Stunde dran sitze, werde ich das, ähm, mir rausnehmen, einfach auch zu gucken. Entweder versuche ich es selber zu lösen. Das habe ich damals bei dem ersten Teil auch gemacht, ja. Ich habe es oft geschafft, also wirklich sehr oft, äh, geschafft, das, äh, selber zu lösen dann, indem ich nochmal eine Stunde geguckt habe. Oder nochmal am nächsten Tag oder sonst irgendwas, ja. Ja, aber, ähm, ich habe auch schon mal bei anderen Leuten nachgeguckt, bei drei, vier, fünf Sachen, ja. Wirklich, weil, äh, vor allen Dingen bei den Sternen nachher nochmal, aber da ist nochmal eine andere Sache, das ist jetzt egal. Also, ich werde mir rausnehmen, das auf eine halbe Stunde so ungefähr zu begrenzen. Und, äh, wenn ich dann eben viel drüber liege, dann, ja, dann schneide ich halt, ne, für euch soll das ja zum Zugucken auch Spaß machen. Also, wenn man hier reinkommt, Würfelstufen, guck mal, dann hat man immer so einen Titel. Dann sieht man dieses Grüne, also die, wir sind aufgeteilt in grüne Dinger, ähm, gelbe Dinger und rote Dinger, ja. So, und dann hat man halt praktisch, da oben ist dieses Ding, das müssen wir kriegen. Hier kommt man nicht durch, wie gesagt, das wisst ihr ja jetzt schon, das brauche ich jetzt nicht mehr, ne, irgendwann höre ich auch auf zu erzählen. So, und dann kann ich das da drauflegen, auf diese Bodenplatte, da geht diese... Ja, danke. Ja, okay, okay, werden wir sehen. Also, hier geht diese Leitung lang, wenn ich die Bodenplatte dann auslöse, dann, dann geht eben diese, ne, blaue Wand weg. Jetzt kann ich hier springen, jetzt kann ich hier hochspringen und dann haben wir schon unser Teil. Das ist bestimmt noch von dem, naja, von dem alten Kram noch von früher übergeblieben, weißt du, so. So, ein bisschen übergeblieben vielleicht. So, nächstes, hier steht auch immer ein Schildchen vor, da sieht man dann auch, wie schwer die sind. Wie gesagt, wenn es grün ist, ist leicht, äh, dann mittel ist gelb und rot ist dann schwierig. Und, ähm, Einzäunung. Okay, gibt manchmal, gibt es einem Hinweise. Ja, genau, hier noch eine Sache. Ich kann hier mit dem Ding nicht durch. Das bleibt davor, ja. Also nur, dass ihr wisst, okay, das geht hier nicht durch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da oben müssen wir hin. Okay, ah, okay, alles klar. Also, pass auf, wir holen uns den hier raus, dann können wir nämlich eine Treppe bauen. So, dann können wir den nehmen. Dann können wir hier einen davor knallen, so. Dann können wir den nämlich da drauf machen. Dann können wir den davor stellen. Und dann können wir nämlich hier hoch rüppen und hier hoch rüppen und dann... So machen wir das. Ja gut, das sind so Basics. Wenn man das Spiel vielleicht nicht kennt, den ersten Teil, ist das ganz lustig, wenn man so... Finde ich cool. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, so. Das ist jetzt, ne, für alle die, wie gesagt, ne. Also hier ist wieder blaue Wand, kommen wir nicht durch. Da ist die Bodenplatte. Stellen wir irgendwas drauf. Man kann also irgendwas nehmen, ne. Also egal, was man findet, kann man das da drauf legen. Also von den Sachen, die hier benutzt werden. So. Was haben wir denn hier? Warte mal, wir gehen erst mal gucken. Achso, da oben müssen wir... Okay. Das ist eigentlich relativ einfach auch. Also hier kann ich nicht hoch rüppen halt. Das heißt, ich brauche dann schon dieses Ding hier. Also, den nehmen wir uns. Dann stelle ich den hier vor. Gehe da drauf, hüpf hier drauf und fertig ist die Karre. Okay, sie sind Symbole der Kreation. Also die Geschichte von dem Ding, ne. Von dem ersten Teil auch schon. Die ist sehr abgefahren. Also wer da Bock drauf hat, ich werde ein bisschen davon auch machen. Genau. Und um dann in solche Areale reinzukommen hier, hat man immer diese Puzzledinger. Also die, die man gefunden hat da oben, die drei. Seht ihr das? Die können wir dann hier einsetzen, ne. Ich meine, das hier ist jetzt Pipifax. Ich kann die drehen. So wie ich die brauche. Und die werden natürlich immer schwerer, ne. So, dann ist das schön grün und dann können wir hier. So, jetzt haben wir vier gelbe. Und da fangen wir am besten, fangen wir hier direkt an. Ich mach das jetzt auch hier zacki, zacki. Ne, also so schnell. Ja, so, was ist zacki, zacki. Das ist ja Quatsch. Hier, laber nicht. Laber mal nicht so eine Kacke hier, Herr Schmeckl. Weißt du, so. Nein. Ähm, hier sind zwei Kisten. Da ist eine Bodenplatte. Da oben ist das Teil. Wir müssen hier hoch. Okay. Da ist das neues Ding. Der Fan, also der, der Venti. Ähm, der wird ausgelöst, indem ich hier was drauf stelle. Also guck mal. Wenn ich mich selber drauf stelle jetzt, dann kann man damit hochfliegen. Sozusagen, ja. Aber der geht halt sofort wieder aus, wenn ich runtergehe. Das heißt, den kann ich aber auch abbauen. Deswegen sagte ich vorhin, man kann alles nehmen zum, zum draufstellen, ne. So. Jetzt stelle ich den hier hin. Hole den zweiten hier raus. Ich glaube, sonst ist hier nichts, ne. Nö. Macht ja auch keinen Sinn. Gut. Dann nehmen wir den Fan. Also den Venti. Ich sage immer Fan. Ne. Den tun wir hier hin. Also, wenn ich jetzt, pass auf. Also ich kann jetzt hier drauf, aber dann komme ich nur bis da. Dann kann ich hier nicht. Seht ihr das? Das ist ein bisschen doof gemacht. Also, was heißt doof gemacht? Das machen wir ja mit Absicht. Also. Wenn ich aber eine Kiste drauf stelle, ja. Dann fliegt die Kiste bis da oben. Dann kann ich rüberhüben. Kennen wir aus dem ersten Teil. Ja. So. Und die kriege ich natürlich am besten dahin, wenn ich hier oben den mache. Dann drehe ich mich. Dann kann ich da hinspringen. Zack. Cool. Coolo Mato. Ne. Das ist ein tolles Spiel. Also ich habe das damals geliebt. Also den ersten Teil habe ich verschlungen. Den habe ich auch. Ich weiß nicht, wie oft ich den gespielt habe. Und das erste Mal war halt wirklich das Schrecklichste. Boah, das kann man in dem Let's Play auch. Das Let's Play ist auch echt sehr hackerlich. Zwischendurch läuft das gut durch. Aber dann ist es auch wirklich so. Boah. Okay, warte mal. Ich muss nochmal eben lesen, weil ich gerade nicht vergessen habe. Windiger Tag. Windiger Tag. Ja, okay. Dann gucken wir mal. Da ist wieder dasselbe Spiel. Hier oben. Da oben müssen wir hin. Da ist eine Kiste. Oh, hier ist ein Fan. Aha. Den lege ich jetzt mal hier drauf. Dann kann ich hier hin. So. Und jetzt muss ich ein Fan hier runter. Mit hoch nehmen. Achso. Ja, 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 ja. Okay. Ja, ja. Hallo. Die da drauf. Dann nehmen wir den mit hoch. Dann können wir den hier hinsetzen. Und dann können wir da hoch und nehmen das Ding mit. Geil. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Thank you, man. Ich glaube, wir können. An manche, an manchen Stellen, ne, gibt's auch so, also gab's so, so Goodies, weißt du, so, wo man, ne, irgendwo hier hin konnte. Ich meine, da macht das jetzt keinen Sinn, aber wo man irgendwo hoch konnte. Ähm, so als, als Easter Egg sozusagen. Konnte man dann so Sterne finden. Ich weiß nicht, ob die hier mit drin sind im Spiel wieder. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ah, nächstes. Einzelspalt-Experiment. Einzelspalt-Experiment. Okay, gucken wir erst mal. Ah, okay. Hier können wir nicht rein, weil der uns wegbläst immer wieder. Also, das heißt, wir müssen mal hier rum irgendwo. Da müssen wir aber rein. Hier ist das Ding. Den kann ich nicht abmachen. Und der stoppt den. Ja, okay. Da komm ich nicht rum. Auf die, die Geschwindigkeit. Okay, ich guck jetzt erst mal bitte einmal. So, hier haben wir eine Kiste und eine Leitung. Hier geht eine Leitung entlang. Achso, da ist ein Schalter. Ah ja, da war ich ja schon richtig. Danke. Ich schalte jetzt und dann geht die Leitung hier an. Dann kriegt der Power. Dann kriegen wir die Kiste. Und die Kiste kann man nicht nur nehmen, um drauf zu steigen, sondern die kann ich auch nehmen, um sowas zu machen. Nee. Warte. So. Seht ihr das? Die unterbricht also. Und zwar haben... Das habe ich noch gar nicht erklärt. Warte mal. Also, es gibt immer eine Source, also eine Quelle. Und zwar mit mehreren Farben. Also Rot, Blau oder Grün, glaube ich und so, ne? Die geben so einen Strahl ab und die powern so ein Ding. Ja, also wir können das noch mal hier gucken. Seht ihr das? Jetzt kommt Rot, dann dauert das so, dann macht es eine Runde und dann betreibt der irgendein Ding. Also der treibt was an. Ja? So. Und den kann man unterbrechen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier hinsetze, dann fliege ich erst mal wieder hier zum 18. Mal. Naja, es macht Spaß zu fliegen. So, ne? Und dann hat er den unterbrochen und dann ist dieses Ding hier. Ne? Und hier, man kann hier durch die Zäune, kann man übrigens nicht äh, ne? Irgendwie was durch machen oder so. Ne? Also geht nicht. Okay. Ah, ist so, so. Ah, ich warte auf diese Glitches und so. Hier, das ist so alles computergesteuerte Welt und so, ne? Also das sind so, wie gesagt, hat er ja vorhin gesagt, sind so Erinnerungen und ähm, da. Habt ihr gesehen? Ich wollte gerade sagen, ey, dann siehst du so die Matrix, weißt du so. Naja, egal. Ähm, lass mal hier reingehen. Vielseitige Vorrichtung. Ja, okay. Manchmal helfen die Sachen, manchmal aber auch nicht. Hier komme ich nicht durch. Aber guck mal, hier ist ein Jemmer, also Störsender heißt der. Der macht dieses Ding da eigentlich auf, aber wir können den ja mal hier draufstellen. Guck mal, dann können wir nämlich hier rein. Da ist irgendwie Luft. Da müssen wir hin. Da ist die, dieses Teil. Gucken wir mal eben in die Ecken. Okay. Ach so, ja, okay. Ja, okay. Pass auf. Ähm, ich kann den Jemmer natürlich dafür benutzen, also hier, das zu stören. Und zwar, während ich den aber auch hier drauf setze. Ist das, was ich meine? So. Also der stört einmal, macht der zwei, also der übernimmt zwei Aufgaben. Einmal macht der diese Leitung hier klar, dass das Ding aufgeht und einmal stört der da vorne. Also dann kann ich da durch. So, und jetzt müssen wir gucken, was haben wir denn hier noch? Oh, hier steht ein Ding drin. Guck mal, geil. Ähm. Hä? Ach so, das ist wieder so ein Gegending. Ah, der macht wieder Gegenwind. Er macht wieder Gegenwind und da gegen, ach so, ja, guck mal. Also, der Jammer hier, der stört diese Wand. Also wenn ich den jetzt hier nehme, seht ihr das? Dann ist hier, komme ich hier nicht durch. Das heißt, ich muss den stören. Ich kann hier durch, so, ich kann aber den nicht mit rausnehmen. Der bleibt da stehen, er halt. Aber ich kann von hier aus diese Wand stören. Seht ihr das? Der zeigt an stören. Und dann brauche ich den natürlich nicht mehr hier. Da kann ich hier so und kann damit den stören. und dann kann ich hier vorbeilaufen. Geil. Geil-O-Mato. Ah ja, da geht was auf. Äh, ja, danke. Vielen Dank. So, und jetzt müssen wir ins nächste Türchen. Gucken wir mal. Jetzt haben wir alle gelben. Dann tun wir mal alle gelben. Genau, hier habt ihr wieder, ach so, das ist rot. Und hier ist gelb. Ja. Ne? Also jetzt gehen wir hier rein und gucken mal, was da passiert. So, ähm, wir haben einmal den. Den tun wir mal dahin. Dann tue ich den dahin. Äh, den dahin und den tue ich nein. Dahin. Perfekt. I am proud of all my children. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. Okay. Gucken wir mal, ne? Also wir haben jetzt hier zwei, vier, fünf rote. Also rot müssten dann schon ein bisschen schwierigere, ähm, Dinger sein. Und, ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach hier vorne oder wir fangen da hinten an. Lass uns hier hinten anfangen. Ist hier noch irgendwas? Ne. Manchmal hat man hier hinter diesen, äh, Dinger noch so, auch so, so Schalter oder so'n Scheiß, wo man dann drinnen irgendwas bewegen kann oder so. Aber bis jetzt? Ne. Glaub nicht. Okay. Lass uns mal hier anfangen. Ist ja vollkommen schnulle. Also. Erstes Teil. Der Aufstieg wartet. Der Aufstieg wartet. Wie gesagt, manchmal geben die Hinweise diese Dinger. Okay. Da müssen wir hin. Da müssen wir rein. Also wir müssen hier durch. Okay. Das hier ist ein Connector. Das ist die nächste Geschichte, die wir haben. Und zwar muss der, pass auf, also dieses Ding hier, also das hier ist die Quelle. In rot. Und die müssen wir mit dem Ding verbinden. Das kann auch blau sein, dann passt das nicht. Ne. Also ich kann kein Rot mit blau verbinden, aber ja, hier ist eben Rot und dann macht er die Tür auf. So. Und da der hier rum steht, also, was ich machen könnte, wäre das und das und dann macht er Rot, damit ihr das mal seht. So. Ja. So macht er das. Der gibt rotes Zeug ab und der, also Laserstrahlen oder was auch immer das ist und der kommt hier aber nicht durch. Heißt, wir müssen über dieses Ding irgendwie rüberkommen und da haben wir eine wunderbare Kiste. Die stellen wir jetzt hier drauf, weil, pass mal auf, guck mal, hier, wenn ich den jetzt anmache, dann fliegt die da oben und dann, ne, kann man da auch noch was draufstellen. Das heißt, den nehme ich mal so, stelle den hier drauf, mach hier an und schon geht da hinten die Tür auf. Guck mal. Geil, oder? Ja, ist so wie im ersten Teil, so was. Das sind so die klassischen Rätsel aus dem ersten Teil. Die waren eigentlich alle so. Ähm, ja, die werden halt auch knackig und schwierig und überhaupt und blabliblub. Ne? Okay, ich lasse den mal da oben. Vielleicht brauchen wir Rot noch irgendwo. Man weiß es nicht. Okay, nächstes. Ein Stäbchen. Wir gucken mal. Zwei Farben, zwei Tür. Türen, nicht Türme. Zwei Türen. Okay, da hinten müssen wir hin. Hier müssen wir rein. Also dazu müssen wir. Okay, erkläre ich gleich. Also hier müssen wir rein, da ist der Teil drin. Okay. Und ansonsten. Okay. Ist eigentlich. Warte mal, den hier. Ha. Wie soll ich mit einem da? Ah, ich wollte gerade sagen, mit einem geht das nämlich nicht. Äh, was ich nämlich sagen wollte. Also, was wir machen müssen. Nein. So. Was wir machen müssen, ist folgendes. Wir müssen blau mit blau verbinden. Also blau ist da an der Seite. Ja. Und wir müssen rot mit rot verbinden. Was jetzt erstmal sich ziemlich einfach anhört. So, ich mach jetzt mal folgendes. Also, ich mach jetzt mal rot mit rot. Also, und zwar einmal den mit dem da. Und dann stelle ich das Ding mal hier hin. So. Genau. Den haben wir schon mal geregelt. Jetzt müssen wir blau verbinden mit blau. Also blaue Quelle hier nehmen. Und das heißt aber, warte mal, das war jetzt Bullshit. Aus dem einfachen Grunde, weil wir brauchen drei. Ich brauch den auch noch, damit da hinten, damit ich da reinkomme. Heißt, ich kann die auswählen und ich kann die auch wieder weg machen. Also das ist so. So. Warte mal, jetzt ist die Kiste im Weg. Die tun wir mal weg. Seht ihr das? So, jetzt ist das Tor offen. Jetzt können wir blau mit blau verbinden. Das heißt, blau. Ich zeige das jetzt eben. Ja, was passiert, wenn man das so macht. So. Guck mal. Blau geht bis da. Und dann wird alles unterbrochen, weil der, die Strahlen, die kommen nicht durch, also die können nicht durch die anderen Strahlen durch, sozusagen. Das funktioniert nicht. Ja, also. Das heißt aber, wenn ich jetzt Folgendes mache, und zwar an der Stelle hier so ein Ding stelle, also so ein Ding hinstelle, den hier mit ihm verbinde und den hier oben drauf stelle, dann geht der Strahl da drüber. Seht ihr das? Tjung, tjung, und dann kann ich hier rein. Eigentlich total easy. Wenn man das einmal verstanden hat, ist das eigentlich einfach. Aber ich weiß, es kommen, also in dem zweiten Teil jetzt, es werden Sachen kommen, Leute. Also von wegen dieses große Geschwätze von hier ist ja ganz einfach und so. Ich meine, habe ich nicht gesagt, dass es einfach ist, aber das hier war jetzt einfach. Da kommen noch ganz andere Dinger und ich werde, ich werde mir die Haare ausraufen und es nicht schaffen. Also nächstes Ding. Zerstörerische Interferenz. Alter, was ist das denn für ein Kack? Okay. Hier ist nix. Einmal. Achso, da müssen wir rein, um den rauszuholen. Und hier ist Ende. Da ist das Ding zur Belohnung. Okay, pass auf. Dann machen wir mal rot zu rot. Rot zu rot. Ich stelle den jetzt einfach da mal hin. So, der ist schon mal getriggert. Also der ist offen praktisch. Und jetzt machen wir den und den. Und dann geben wir mal Hä? Achso, ach, bin ich ein Idiot. Achso, ich muss, warte mal, ich muss die alle drei verbinden miteinander. Schau mal. so, und jetzt müssen wir noch rot dahin kriegen. Irgendwie. Mit einem so einem Ding hier. So, pass up. Und zwar muss rot boah, jetzt ist ja die Frage, ne? Warte mal, kann ich den denn hier rumfegen? Achso, ja, okay, warte mal. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Moment. Den brauchen wir auch nicht mehr. So, also, pass auf, wir machen nochmal folgendes. Einmal, ja, den brauchen wir ja gar nicht mehr. Das ist ja Quatsch jetzt. Ich brauche nur noch blau mit blau. Und dann haben wir zwei Dinger noch über, wo wir um die Ecke sneaken können. Pass mal auf. Wie wir das machen jetzt? Äh, so. Und jetzt verbinde ich den noch mit dem. Also, rot mit rot und dann setzen wir den hier hin. Und dann, wie gesagt, wenn die sich kreuzen, heben die sich gegenseitig auf, dann funktioniert das nicht mehr. Hm? Deswegen, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Korrekt. So, mal gucken, wie viel haben wir denn noch? Zwei Stück noch? Okay, nächstes. Prismenbeugung. Alter, diese Namen alleine, ne? Ich weiß genau, das passiert irgendwann, dass ich nicht mehr klarkomme. Ich weiß es genau. Okay, das ist ein fester Connector. Den kann ich also nicht, äh, wegnehmen, aber den kann man benutzen. Ja, und da hinten, das Tor wird dadurch getriggert. Also, man sieht, hier geht das Kabel lang. Da geht es weiter und dann müssen wir da rein. So, jetzt muss ich nur erstmal hier hinten rum. Ah, das ist das letzte Rätsel. Was ist hier? hier? Ha. Ha. relativ einfach also habt ihr ja gesehen also ich meine der macht das Tor auf damit ich hier reinkomme und der Strahl hier durch geht der ist die Quelle und der ist damit ich hier weiterkomme und der da hinten macht das Tor auf das heißt wenn ich alle vier verbinde mit dem einen dann dann kommen wir hier hin korrekt so dann gucken wir mal last last but not least grundlegende Verbindungen einmal blau zu dem damit der offen ist und hier müssen wir hin ah wir müssen hier einmal rum okay wie soll ich denn hier rumkommen ach so ja okay alles klar ähm also pass auf Moment ich zeige euch das nochmal mal eben hier also hier durch die Gitter kann man nicht durch ne wollte ich nur sagen also sonst könnte man hier durch die Gitter aber durch die kann kein Dings durch so also was wir machen ist den irgendwie hier hin stellen so den nehmen wir mit connecten den hier mit ihm und dann stellen wir den hier hin und dann macht er den auf einmal rumgelegt praktisch na das war ja relativ ja thank you child i have finished preparing your vessel now hear my advice a new world awaits you full of dangers and mysteries signs and wonders things that i in my garden could never have imagined in that world you will have to be careful and smart and curious okay but above all else you will have to be human human alter wir sind ein Roboter okay muss man nicht verstehen oder ja muss man nicht unbedingt verstehen aber bis jetzt gut geklappt und äh ja ich würde dann jetzt einfach mal äh ne hier an dem Punkt äh stoppen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal wie die neue Welt aussieht hier unsere drei äh fünf roten Dinger da die kloppen wir dann hier in dieses Puzzle rein und dann würde ich sagen ne bis zum nächsten Mal und vielen Dank dass ihr zugeschaut habt und wenn es euch gefällt irgendwie haut mal ein paar Kommentare raus oder so ne wenn es euch irgendwas nicht gefällt natürlich auch aber ne grundsätzlich Kommentare freue ich mich immer drüber und ähm ja dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschau Tschau Amen